Tylee ist eine Luftbändigerin. Netter Versuch, aber nicht da! Nicht nur verrät uns das ihr Aussehen, was mir den Luftnomaden ähnelt, als jeden einzelnen Bewohner der Feuernation, sondern auch ihr defensiver Kampfstil. Das G-Blocken, welches seinen wahren Ursprung bei den Allvorderen der Mönche und Nonnen hatte, ihre royale Herkunft, ihre Art Auren zu lesen und so weiter und so fort. Warum sie jedoch trotzdem nie in der Serie bändigte, erfahrt ihr in meinem neuen Video. Es war irgendwas mit U oder so. Klumpen? Klumpen! Das sind Klumpen!